Hier das Gletscherbild. Gletscher, wer hätte das gedacht, im Schwarzwald. Hier sieht man das ja genau. Das ist ein Galenkopf. Das ist ein Galenkopf. Das ist ein Galenkopf. Jetzt muss ich nicht in meinen Kopf noch reinstecken hier. Blössling. 1300 Meter. Und da ist Präck. Hochgescheit. Steilten Kopf. Und da ist Präck. Hochgescheit. Steilten Kopf. Und wo muss der neuen Kopf sein? Und da ist der Bodenbächle. Ich glaube, die Einheimischen wissen es selber nicht. Ich habe die gar nicht gewusst, dass da oben noch ein Wasserfall war. Aber das ist es schwer.